Müssen Sie ab und zu Redenschreiben? Wollen Sie künftig selber vor Publikum reden? Interessieren Sie sich für das Redenschreiben? Dann sind Sie bei diesem Video-on-Demand-Kurs Redenschreiben einfach und überzeugen der SCM genau richtig. Mein Name ist Matthias Kutscher. Ich bin Redakteur und verfasse seit vielen Jahren als freier Schreiber Reden. Ich begleite Sie in diesem Kurs durch sieben spannende Lektionen. Dabei präsentiere ich Ihnen fast spielerisch das Handwerk des Redenschreibens. Das Besondere an diesem Kurs, Sie lernen unabhängig von Zeit und Ort. Gehen Sie die Lektionen durch, wann immer und wo immer es Ihnen passt. Sie lernen auf der Basis umfassender Theorie und vieler persönlicher Tipps. Profitieren Sie zudem von spannenden Beispielen und Übungen mit präzisen Lösungen. Gemeinsam machen wir eine Reise in die faszinierende Welt der Reden. Von 40 Videos, etwa 150 Charts und elf praxisorientierte Übungen erwarten Sie. Ob Sie gar kein Wissen vorher hatten, schon mal Reden getextet haben und sich fortbilden wollen oder Ihre Kenntnisse auffrischen wollen. Am Ende des Kurses Redenschreiben einfach und überzeugend können Sie exzellente Reden verfassen und anderen helfen, klasse Reden zu halten.